Als Musikhochschule sind wir natürlich zuerst der Lehre verpflichtet, dass unsere Studierenden so gute Musiker werden wie eben möglich. Aber andererseits, eine musikhochschulische Ausbildung hat immer was mit Öffentlichkeit zu tun per se. Unsere Studierenden sollen Konzerte spielen und tun das auch. Es gibt bis zu 100 Konzerte in jedem Jahr, die hier in unseren Sälen veranstaltet werden. Aber so ein Kulminationspunkt wie so ein Festival erschien uns sehr, sehr hilfreich und wir freuen uns auf eine rege Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und vielleicht lernt der eine oder die andere uns ja auch noch neu kennen durch dieses Festival. Wir haben uns vor einigen Jahren Gedanken auch über die zukünftige Ausrichtung gemacht und haben so ein Zukunftsprofil entwickelt unter dem Titel Mensch-Musik, was auch verdeutlichen soll, dass natürlich die Musik für eine Musikhochschule extrem wichtig ist, aber die Musik eigentlich immer zusammen mit dem Menschen gedacht werden muss. Und dadurch entstand eben unser Slogan Mensch-Musik. Und Sie finden den überall jetzt in unserem Erscheinungsbild. Und wir wollen eben diesem Thema auch jährlich ein Festival widmen, immer im November, unser Mensch-Musik-Festival. Und die erste Auflage werden wir eben jetzt in diesem November, am 7. und 8. November, hier bei uns im Haus erleben. Am Samstag zwischen 15 und 24 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr haben wir hier eine Art Haus der offenen Tür. Im stündlichen oder anderthalbstündlichen oder zweistündigen Rahmen werden Konzerte im Saal sich abwechseln. Und in den Zwischenzeiten gibt es eben dann immer noch die Möglichkeit, kleinere Intermezzo-Konzerte an verschiedenen Stellen im Gebäude zu hören. Also unsere Einladung an das gesamte Publikum lautet, kommen Sie zu jeder Zeit, wann immer Sie mögen. Sie werden hier Töne zu filmen, Musik zu filmen vorfinden. Man kann auch was essen und trinken. Man kann mit Studierenden und Dozenten in den Kontakt und ins Gespräch kommen. Die Musikhochschule Münster freut sich auf das Menschen-Musik-Festival. Die Musikhochschule Münster freut sich auf das Menschen-Musik-Festival.